Also die Leute nebenan in dem Zelt, ne? Ja. Die haben ja gestern Nacht einen fürchterlichen Krach gemacht. War das nicht fürchterlich? Ne, das war schrecklich. Weißt du was? Ne. Ich geh nachher mal rüber und sprech mit denen, dass sie vielleicht heute Abend ein bisschen leiser sind da drüben.